Yo, liebe Malonso Gang, heute reagieren wir auf böse Onkels, ich lieb mich. An der Stelle wollte ich mich natürlich wieder für den mega kranken Support bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, wir sind fast 400 Abonnenten oder wenn das Video rauskommt, sind wir mittlerweile 400 Abonnenten. Es freut mich auf jeden Fall, vielen lieben Dank für euren Support. Das nächste Ziel sind die 500 Abonnenten, also abonniert den Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare. Ganz wichtig, Musikvorschläge und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Okay Leute, let's go. Let's rock this. Wahnsinn. Also ich dachte schon, ich bin jetzt ziemlich abgeblühte Sau, aber ihr versteht die nächste Sprache. Okay, Freunde und Freunde, wenn ihr poken wollt, dann ist jetzt euer Augenblick gekommen. Das älteste Werk des Abends, ich lieb mich. Let's go. Keine Trolli. Mein Humor Exakt. Mein Humor, Leute. Also wirklich, ich bin auch so, dass ich manchmal raushaue, dass ich mich selber liebe. Ich liebe diesen Humor einfach. So selbstliebe, einfach so tun, als würde man sich selbst lieben. Ich liebe das irgendwie, weiß nicht. Sich irgendwie selber, sich irgendwie selber aus Humor irgendwie selber zu mögen. Weiß nicht. Ich fühle das einfach. Geil. Oh, ganz so, oder noch? Hab mal, ey. Ich bin schlecht. Du bist schlecht. Ich bin mal in der Maschine, ein Mädchen, komm zu mir. Denn ich bin der Schütze, ich besorge es dir. Ich bin mal in der Maschine, ein Mädchen, komm zu mir. Denn ich bin der Schütze, ich besorge es dir. Ich bin der Schütze, ich bin der Schütze, ich bin der Schütze. Ja. Danke schön. Hammer. Hammer, ganz schön. Das Ding habe ich total in der Füge. Wow. Schön, frohlich. Exakt. Ja, Leute. Das war Böse Onkels. Ich liebe mich. Das Lied hat mir auf jeden Fall mega gefallen. Hat auch meinen Humor so. Ne. Habe ich euch ja gerade erklärt. Ist auf jeden Fall mega lustig. Und ein richtig geiles Lied, Leute. Schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare, worauf ich reagieren soll. Lasst gerne ein Abo da. Wir haben fast 400 Abonnenten. Das ist einfach krass, Leute. Row to 500, Leute. Ihr wisst Bescheid. Lasst uns das einfach jetzt richtig schnell hinbekommen. Teilt dieses Video an alle eure Freunde, die auch Onkels interessiert sind. Und abonniert diesen Kanal, Leute. Wir haben bald die 500 Abonnenten schon. Das ist krass auf jeden Fall. Also, Leute. Habt jetzt noch einen positiven Tag. Und wir würden uns im nächsten Reaction-Video wiedersehen. Und wir würden uns im nächsten Mal wiedersehen.